Der der alten Cadent C und der rechts hinunter der Golf. Informationsflug hinterher, danach ein bisschen Ruhe. Jetzt kommt das die erste Gruppe N-Auto. So, Gabriele Wulff und Sabine Bayer treiben das Feld vor sich her. Der Vodovira sieht zwar aus wie ein Auto aus dem Fall von Hermann Gassner, aber es ist eigentlich nur die Lackierung. Das ist ein 1600er Frontriebler mit 110 PS. Deswegen natürlich auch nicht so eine gewaltige Rakete. So, Sascha Händel, jetzt auf der dritten und letzten Durchfahrt. Er hat seinen Vorsprung nicht nur gehalten, sondern anständig vergrößert. Und vielleicht schafft er die schnellste Fahrt. So, dass Du einfach nur gehalten hast. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Roter! Oh Mann! Ach, ne? Oh Mann! Ach, ne? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! 1-Bus, 1-Bus, 1-Bus. Ab und 1-Bus, 1-Bus. Rieseses. er Bus. Rieseses. Wieder 100. Ab und 1-Bus, 2-Bus. Ab und 1-Bus. Die Kaffee-Kaffee-Kaffee-Kaffee 1,0 Das war's, das war's, das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017